Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Lichtschalter bzw. Ausschalter richtig anschließen und somit auch einbauen kann. Wenn du Bock da hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir hier jetzt übrigens an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt die 5 Sicherheitsregeln einhalten. Doch hierfür wäre ein spezielles Video an dieser Stelle einfach sinnvoller. Und wenn das Ganze dann vom Stromnetz genommen und spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal einen vereinfachten Schallplan an. Wir kommen mit einer 3-artigen Leitung, in meinem Fall NIM 3x1,5mm² zu unserem Lichtschalter und von dort aus geht es dann weiter mit einer 3-artigen Leitung zu meiner Lampe. Der blaue Neutralleiter und der grün-gelbe Schutzleiter hier werden direkt mit der Lampe verbunden. Und der braune Außenleiter geht von meiner Zuleitung zu meinem Lichtschalter runter, geht hier bei L drauf, wird geschalten und geht dann geschalten weiter zu meiner Lampe. In der Praxis ist meine Lampe hier oben schon fachgerecht angeschlossen, wofür ich auch schon ein extra Video gemacht habe. Und aus diesem Grund kann ich jetzt auch hier mal die Leitung für meine Lampe und meine Zuleitung abmanteln, so dass ca. 10cm weg sind und 1cm aber noch in die Hohlwanddose schaut, dass ich einfach eine entsprechende Zugentlastung habe. Als nächstes gebe ich beide blauen Neutralleiter und beide grün-gelben Schutzleiter einmal nebeneinander, lege das Ganze noch etwas in die Dose hinten rein und biege es einfach mal nach oben um. Danach kürze ich es mit einem Seitenschneider einmal auf dieselbe Länge ab und jetzt muss ich für meine Klemmen hier das Ganze noch auf 11mm abisolieren. Die meistbrauen Außenleiter kann ich jetzt auch schon dementsprechend abisolieren. Bei mir am Schalter steht oben, dass zwischen 10 und 14mm gemacht werden muss, weswegen ich hier auch die 11mm lassen kann. Wenn alles vorbereitet ist, kann ich die grün-gelben Schutzleiter mal mit meiner Klemme hier verbinden und dasselbe Spiel machen wir mit dem blauen Neutralleiter natürlich auch. Danach sind diese nämlich schon richtig miteinander verbunden, weswegen ich diese jetzt einfach mal in meiner Hohlwanddose bzw. Unterputzdose nach oben schauend hier hinten verstecken kann. Wichtig ist natürlich, dass die Dose dafür auch tief genug sein muss. Als nächstes gebe ich den braunen Außenleiter meiner Zuleitung hier oben bei L mal hinein. Es ist übrigens egal, in welches der beiden Klemmen ich es gebe. Und hier den Außenleiter meiner Lampe unten, wo der Pfeil rausschaut. Natürlich sollte dein Schalter jetzt schon 180 Grad gedreht sein, dass er Richtung Hohlwanddose schaut. Ich habe ihn jetzt nur mal so angeschlossen, damit man es einfach besser verstehen kann. Denn hier unten habe ich meinen Außenleiter, welcher zur Lampe geht. Und diesen kann ich jetzt entweder hier rechts einmal in diese zwei Klemmen geben oder hier links in die zwei Klemmen. Der einzige Unterschied hierbei ist, dass wenn ich ihn normalerweise hier auf der rechten Seite lasse, also so quer gegenüber Schalte, dann bedeutet das, wenn ich meinen Lichtschalter jetzt oben habe, ist das Licht aus. Und sobald ich ihn nach unten drücke, geht das Licht an, so wie es normalerweise auch sein sollte. Habe ich jetzt zum Beispiel hier diesen Außenleiter auf der linken Seite angeklemmt, dann wäre es jetzt im Moment aus. Und sobald ich hier den Schalter nach oben betätige, wäre das Licht angeschalten. Nachdem alles richtig angeschlossen worden ist, drehe ich jetzt aber hier noch einmal diese zwei Schrauben links und rechts ab. Dadurch kann ich nämlich die Krallen hier hinten entfernen, die, wo wir eine Hohlwanddose nicht benötigen und die im schlimmsten Fall hier sogar irgendeinen Leiter beschädigen könnten. Diese Krallen sind übrigens für Unterputzdosen gedacht, denn hier habe ich die Möglichkeit, dass ich entweder meinen Schalter hier oben und unten mit dem Gewinde, also mit einer Schraube, festschraube oder ich verwende diese zwei Spreizkrallen. Dann muss ich nämlich die zwei Schrauben einfach mal im Uhrzeigersinn drehen. Die Krallen spreizen sich hier innen drin und dann hält der Schalter auch bombenfest in so einer Unterputzdose. Bei mir passt es aber soweit, weswegen ich jetzt mal meinen Einsatz hier sauber hineingebe. Danach kann ich ihn noch ausrichten, entweder schon mit vorgefertigten Linien oder mit einer Wasserwaage und dann einmal diese zwei Schrauben hier noch schön festziehen. Wenn wir das haben, gebe ich meinen Rahmen drauf, setze meine Wippe natürlich auch richtig rum hier einmal mit Gefühl ein, bis es einklipst und dann muss ich auch noch hier einmal meinen Schalter natürlich richtig rum aufsetzen mit etwas Druck dagegen drücken und schon kann ich diesen betätigen. Zum Schluss gebe ich wieder Spannung auf meine Anlage und prüfe es mal auf Funktionalität und ich würde sagen, das schaut auf jeden Fall super aus, weswegen wir auch schon unseren Lichtschalter hier mit der Lampe oben richtig angeschlossen haben. Wenn du für zu Hause einen Lichtschalter oder eines der verwendeten Werkzeuge hier im Video zulegen möchtest, dann einfach mal hier unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.